Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich möchte mit euch eine Endloskarte machen und zwar eine lange. Ihr seht ja hier auf meinem Schreibtisch, es ist so eine kleine Zwischenepisode. Ich bin ja gerade dabei für meine Oma das schöne Junk Journal mit den Fragen zu machen. So, sie hat ja Geburtstag, das heißt ich möchte auch noch eine Geburtstagskarte gestalten und das so was schönes gebasteltes, formeliges ist was für Oma. Deswegen habe ich mir hier ein paar Sachen vorbereitet, die stelle ich euch jetzt gleich vor. Und dann basteln wir zusammen diese schöne Karte, die so hin und her flippt. Ihr werdet es gleich sehen. Ja, ansonsten, ich freue mich über Abonnenten, über Kommentare, über Likes, über Ideen, Kritik. Her damit möchte ich mich ja noch verbessern. Mein Kanal hat Stand heute 16 Abonnenten. Das ist schon super und ich freue mich über jeden einzelnen der 16. Ich wette, da geht noch was. Zumal ich noch echt viele gute Ideen habe. So, diese Karte, die ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich habe einige Videos hier gesehen bei YouTube. Die haben mir zwar ganz gut gefallen, jetzt kommt natürlich ein kleines Aber dabei. Die hatten immer diese Inch-Angabe und die konnte man relativ schlecht skalieren. Also das habe ich mir jetzt erarbeitet. Also skalieren heißt ja einfach an der Größe anpassen, wie man das irgendwie machen möchte. Manchmal hat man ja ganz bestimmte Vorstellungen, wie groß so eine Karte sein soll. So, und ich habe mir hier so einen Plan erarbeitet. Den werde ich noch ein bisschen auspfeilen und dann werde ich den wahrscheinlich auch einfach hier mit einhängen. Dann könnt ihr das nachmachen, wenn ihr wollt. Oder selber irgendwie was basteln. Also wichtig ist einfach, dass wir ein Maß haben, was eine quadratische Grundlage hat. Egal wie groß, ob es jetzt 10x10 ist oder 20x20. Und zwei Stücken, die doppelt so lang und halb so dick sind. Also dick so hoch halt. Ihr seht ja, hier habe ich 5x20 cm zwei Stücke und 10x10 zwei Stücke. Das ist unsere Grundlage hier für diese Karte. So, und dann gibt es ja verschiedene Varianten, die zu drehen. Das zeige ich euch auch. Ich habe mich jetzt für die Laufrichtung 2 entschieden. Man muss sie entweder rechts rum oder links rum drehen. Je nachdem, wie man ja, welche Bilder einfach gerade sein sollen. Also nicht über Kopf. Wenn man, da muss man einfach beim Aufkleben der Motive darauf achten, wenn man Motive hat, die einfach oben und unten haben. Ich habe mir hier diese Sachen schon zurecht geschnitten und ich habe sie auch schon distressed. Das habe ich schon getan. Das heißt, wir haben jetzt zweimal 10x10 und wir haben 2x5x20. Die werden hier gleich drauf geklebt. Und wie, das zeige ich euch auch. Ich glaube allerdings, ich muss hier das Licht ein bisschen heller machen. Es ist einfach gerade dustet draußen und regnet. Wir haben 7.20 Uhr und es ist ein herrlicher Landregen. Ich freue mich gerade mega über Regen. Es ist super trocken. Gut, fangen wir an. Das hier ist fertig geschnitten, fertig gefalzt. Hier jeweils am 5 cm Ende, hier jeweils am 2,5 cm Ende. Gefalzt in beide Richtungen und distressed an allen Außenrändern und an den Falzen. So, dann habe ich mir hier zurecht geschnitten für die einzelnen Abschnitte, für die einzelnen Abschnitte, seht ihr hier diese verschiedenen, sagen wir mal, Bildabschnitte, sag ich mal, und da die einzelnen Kärtchen. Ich habe sie immer einen halben Zentimeter kleiner geschnitten als das eigentliche Stückchen, wo sie dann drauf kommen, weil sie würden jetzt zum Beispiel hier eingeklebt werden. Das sind rechts und links und oben und unten jeweils ein bisschen kleiner. Ich habe die Ecken hier mit dem Eckenstanzer abgeknipst und ich habe auch diese kleinen Teile hier distressed. Das ganze Distressing habe ich mit dem neuen, also meinem neuen, für euch ist es bestimmt nicht neu, Ground Espresso gemacht, äh Espresso gemacht und mir den auch ein bisschen angeschmiert. Also Ground Espresso ist eine sehr schöne Farbe und sie passt wunderbar zu diesem Craft Paper und ich finde auch, dass sie hier, ähm, bei den Stamperia Stückchen einen guten Job gemacht hat. Das Papier hier, das ist das, ähm, Garden von Stamperia und zwar habe ich mir einen großen Block gekauft, einen 30x30 Block und, ähm, ja, habe da verschiedene Sachen rausgeschnitten. Ich habe da ja mal Vor- und Rückseite und die Farben passen einfach wirklich zusammen. Ja, und hier habe ich mir einfach so die, sagen wir mal zusammen passenden oder zusammengehenden Stücke geschnitten, die ich, sagen wir mal, dann auf diese Teile aufbringen will. Genau, so. Ähm, mir fehlt hier noch eine Kleinigkeit. Und zwar ein Heißgetränk. Ich bin gleich wieder bei euch. Heißgetränk am Start. Gerade noch rechtzeitig gemerkt, dass ich fast was falsch gemacht hätte. Und zwar habe ich schön mein DIN A4 Blatt hier quer genommen und abgeschnitten und alles hier gefälzt und gemacht und getan. Ähm, ich habe tatsächlich einen halben Zentimeter zu viel gehabt. Also ein DIN A4 Blatt oder 0,9 sogar. Weil ein DIN A4 Blatt, der 20,9 Zentimeter quer ist. Und ich habe einfach diese 0,9 dort nicht abgeschnipselt. Das wäre fast schief gegangen. Äh, beim hinlegen und näheren betrachten habe ich den gesehen, oh, das kann ich noch mal schnell korrigieren, bevor wir hier wieder in die Büt steigen. So. Was habe ich jetzt vor? Ich möchte mit diesem wunderbaren Junk-Junner-Kleber diese und diese Ecke einkleben. Und dann die ersten, ähm, sagen wir mal, die beiden Streifen aufkleben. Wichtig ist hier flächig. Ne, da dürfen keine Bläschen drunter sein. Oder man sollten. Dürfen, dürft das alles. Ähm, und nicht über die Falz kleben. Weil sonst habt ihr ein ernstzunehmendes Problem. Dann klemmt und, äh, hakt das. Das ist irgendwie blöd. Das macht keinen Spaß bei so einer wunderschönen, ähm, ja, Endlos-Faltkarte. Das muss einfach flubben. So, dieser Junk-Junner-Kleber ist dafür bestens geeignet, weil man dann, wenn man das aufgeklebt hat, der zieht schnell an. Und man kann dann noch schieben. Ihr werdet gleich sehen, wir müssen auch ein bisschen schieben. Ähm, hier kommt es nämlich wirklich darauf an, dass es exakt ist. Ich bin ja nicht so im Munk. Das heißt, ich habe so mit exakten Dingen so meinen Stress. Ähm, bei mir ist, also mein Basteln, ne, wenn ich jetzt hier irgendwie Junk-Junner-Bastel, so ungefähr passt schon. Äh, und wenn ich dann wirklich was genau machen muss, dann muss ich mich schon zusammenreißen. Ich weiß allerdings, dass diese Karte das braucht. Das ist was hier. Nehmt euch Zeit mit Einkleben. Nehmt euch Zeit mit Messen. Schneiden. Prüft das, was ihr geschnitten habt, nochmal nach. Sonst habt ihr nämlich das böse Erwachen, wenn ihr anfangen wollt zu falten. Das macht echt keinen Spaß, wenn man sich Arbeit gemacht hat und dann passt es einfach nicht. Das ist, äh, ja, macht keine Laune. Ähm, ja. So, ich habe jetzt hier schon angefangen. Und zwar hier wirklich die lange Karte drauf zu legen. Auf Stoß. Ne, also es muss hier exakt sein. Darf nichts überstehen. Von keiner Seite darf was überstehen. Das muss ganz genau und fein drauf liegen. Ich sehe auch grad, dass ich hier noch eine Kante ein bisschen nachdiskusten muss, weil ich da einen Millimeter nachgeschnitten habe. So, das Schöne an dem Junk-Junner-Kleber ist, der verzeiht einem das, dass man hier zwischenzeitlich nochmal eine andere Idee hat. Das heißt, eine andere Idee, also festgestellt hat, ich habe ja grad einen Millimeter noch nachgeschnitten. Ich muss jetzt hier nochmal ein bisschen Distress anlegen. Hier hatte ich auch einen Millimeter nachgeschnitten. Da seht ihr da so ein ganz bisschen am Ende. Also einen halben Millimeter, ne? Also ich habe wirklich ein hauchdünnes Scheibchen nachschneiden müssen. Nach meiner Aktion. So, kommen wir wieder dahin. Ganz exakt drauf. Ganz exakt drauf. Auf beiden Linien. Also ihr seht nichts überstehen. So gehört sich das. Den Spaß mache ich jetzt mit diesem Stück genauso. Ich lege es hier an. Es muss auf allen Kanten liegen. Das einzige, was sein darf, ist, dass es hier so einen Fingernagel breit in der Mitte Spalt hat. Dann lässt es sich leichter klappen. Aber der muss natürlich dann durchgehen. Er darf nicht hinten überlappen und vorne hier aufeinander stehen. Das darf nicht passieren. Das heißt, ihr müsst euch schon bemühen, das hier in eine Gleichmäßigkeit zu bringen. Das heißt, legt das wirklich nebeneinander. Schiebt, drückt, zieht, bis das richtig läuft. Und auch wenn ihr das jetzt hier klappt, müssen diese Kanten hier auch exakt sein, ne? Ihr merkt es, dass so einen Hauchunterschied hat. Schiebt es euch zurecht. Dafür ist dieser Kleber einfach nur cool, dass ihr das angleichen kann, ne? Also hier haben wir jetzt keine Überlappung. Läuft bei uns. So. Läuft bei uns, klappt bei uns. Gleiches Spiel machen wir jetzt hier auch mit den Enden. So. Das heißt, auch hier manche ich die Enden anständig, flächig mit dem Klüber ein. Und werde das dann da drauflegen. Sehr wichtig an der Stelle ist wirklich, kommt an die Kanten, ne? Falz nicht bedenken. Also auch nicht so ein Krümelchen. Wenn ich jetzt hier so ein Krümelchen-Kleber reingeschmiert habe in die Falz, Fingernagel neben raus holen. Ja. Oder halt, was ihr zur Hand habt. Nadel tut es auch. Manche von euch werden eine super ruhige Hand haben. Ähm. Ich jetzt nicht so. So. Dementsprechend. Man muss sich auch seine Tricks so ein bisschen aneignen, ne? Also wenn ihr jetzt feststellt, boah, ich habe echt ein Problem mit, keine Ahnung, gerade Linie kleben. Ähm. Kein Problem. Wenn ihr euch ein paar Hilfsmittel zurecht packt. Also zum Beispiel hier eine Nadel habt, wo ihr die Linie nochmal nachziehen könnt oder mit dem Fingernagel nochmal nachzieht. Ihr müsst einfach darauf achten. Ja. Also wer irgendwie so einen leichten Tötterich hat oder einfach ein Ungenauigkeitsgefühl, wo es auf die Optik ankommt. Überhaupt kein Ding. Schaut einfach nur, dass ihr euch dann im Nachhinein helft. Weil bei dieser Karte, ja, da legt ihr euch buchstäblich die Karten, wenn ihr das nicht ordentlich macht. So. Das heißt, wenn ihr hier rumfuscht, dann wird sich diese Karte nicht schön falten lassen. Einfach nur so ein Tipp unter Fronten. So. Hier sehe ich jetzt, da habe ich so eine kleine Kante irgendwie gebastelt. Das ist nicht ganz so schlimm. Also hier, wenn man das jetzt hier, wenn das hier so fröhlich übersteht, das überlauft ein wenig. Das heißt, wir müssen auch ein bisschen kürzen. Das ist grundsätzlich jetzt in diesem Stadion noch nicht so schlimm. Wobei ich mich echt frage, wo ich falsch gemessen habe. Oder ungenau. Also ganz falsch gemessen kann ich ja nicht haben. Generell passt das ja. Aber irgendwo habe ich doch tatsächlich ungenau gemessen und doch irgendwie so einen Millimeter versaubeutelt. So. Weil das Ding darf nicht überlappen. Das heißt, ich werde jetzt an beiden Enden ein bisschen schneiden. Das ist dann halt so. Das fällt unter Shit Happens. Ich habe diese Karte natürlich schon mal gebastelt und sie ist super schön geworden und es hat alles funktioniert. Jetzt kommt das aber ich muss auch zum Schluss, also beim Zusammenkleben hier ein bisschen korrigieren. Auch wenn ihr hier Kleber dran habt, die Giotine zieht ganz gut. So. Ich merke, dass ich hier immer noch überlappe. Jetzt nehme ich mir die andere Seite. Das ziehe ich auch ein bisschen ab. Wichtig ist, dass ihr danach das Distressen gut ist. So. Beim Kleber ist das manchmal ein bisschen zickig. So. Es ist immer noch nicht ganz gut. Holen wir nochmal einen Millimeter runter. Beherzt schneiden. Na, ihr könnt natürlich warten, bis der Kleber trocken ist. Aber ich will nicht warten. Ich hasse warten. Das sieht schon ganz gut aus. An der Seite darf ich auch noch ein Millimeterchen schneiden. Schwupps. Und wenn das Ende hier so ein bisschen zickig ist, dann nimmt ruhig eine Schere. So, jetzt haben wir hier. Das ist sehr auf Stoß. Ja. Ihr seht aber schon die Routine. Was hier passiert. Sie funktioniert. Aber das, was ihr haben wollte, oder was ich jetzt haben wollte, tut dem ansprechend. Ich überlege gerade, ob ich nur ein Millimeterchen runterhole. Dass es noch ein bisschen besser fluckt, vielleicht. Ich gucke gerade mal, ich hatte da irgendwo so eine Kante. So. Und wenn das jetzt hier am Ende so ein bisschen rubbelig ist, geht hier mit einer Schere nochmal die Kante nach. Alternativ, weil es ist jetzt nur rubbelig, weil ich da jetzt schon Kleber drauf habe. Ohne den Kleber wäre das gerade kein Problem. Meine Empfehlung, schneidet und messt vernünftig, dann habt ihr den Spaß, den ich jetzt gerade habe. Aber nicht so. Dann könnt ihr euch den Teil sparen. Aber wie das halt so ist, man kann das hinterher korrigieren. Das kann ich euch jetzt, oder ich zeige euch das hier im lebenden Beispiel, dass man korrigieren kann. So, ich habe hier mein Ground Espresso. Espresso. Es ist tatsächlich noch zu früh. Mein Ground Espresso und ziehe hier nach. Ich glaube, also dieses ganze Junk-Junner-Gedöns und auch das Kartenbasteln, das hat super viel mit Intuition zu tun und auch mit Gelassenheit. Also jetzt, ich kann mich natürlich jetzt furchtbar aufregen, dass ich mich irgendwo hier um vermutlich zweieinhalb Millimeter vermessen habe. Insgesamt auf die ganze Geschichte gemessen. Ich kann es aber auch einfach korrigieren und sagen, ja, so what. Shit happens. Und es kann auch immer am Falsbrett liegen. Also das hat mir diese Rillen vorgegeben. Und wenn du bei fünf diese Rille machst, also diese Fals, willst du bei fünf Zentimetern machen und das ist vielleicht 5,1, dann hast du schon irgendwie rechts und links einen Überstand. Deswegen mache ich mir darauf keinen Kopf und korrigiere das dann einfach. Also es faltet sich. Es wird fluppt. Gut. Jetzt kommt es dazu. Es gibt zwei verschiedene Faltrichtungen. Na, welche möchte ich denn haben? Also zwei verschiedene Faltrichtungen. Das wäre diese. Eigentlich möchte ich... So, wir kommen von hier. Ne, wir kommen von... Wir kommen von hier. Wir kommen nach da. Ja, genau das ist der Punkt. Das Ding lässt sich nämlich in zwei verschiedene Arten drehen und falten. So. Ich glaube, jetzt habe ich die andere gemacht. Naja. So ist das. Das ist auch nicht schlimm. Ich glaube, die Teile sind eh die gleichen. Und von da, was das anfällt. Juhu. Also ihr seht, der Mechanismus funktioniert. Ich muss einfach nochmal rausfinden, warum ich vielleicht mal die andere Faltrichtung hier habe. Also ich habe mir zwei verschiedene Arten aufgestellt. Da. Die Seite. So. Das heißt, wenn ich hier sage, hier ist oben. So. Ihr seht. Und das ist nämlich auch so ein Ding. Diese Karte ist super cool. Wenn sie fertig ist, ist beim Basteln echt ein bisschen tricky. Weil wenn ihr die Bilder umdreht, ne. Und ich habe ja hier Teile, die oben und unten haben. Bei dem Holz hier wäre es total wurscht. Oder auch bei den Blümchen wäre das echt egal, in welche Reihenfolge ich das habe. Weil ich möchte jetzt nicht, dass meine Gießkeine auf dem Kopf steht. Da bin ich jetzt ein bisschen pingelig. So. Auf jeden Fall gibt es dann vorne und schon hinten. Zack, zack. Zack, 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 zack. So gefällt mir das. Weil diese... Also das hier ist nämlich das, was ich gerne haben möchte. Und auch das, was ich an Schnipselei hier vorbereitet habe. So. Ja, die Laufrichtung ist echt entscheidend. Und sie geht auf zwei Arten. Ihr müsst das einfach ein bisschen drehen und gucken. Ich schau mal, ob ich das hier in eine vernünftige digitalisierte Form kriege. Ähm. Und ja. Wo ich dann, sag mal, zur Verfügung stellen kann. Vielleicht als PDF oder irgendwas. Ich kann es ja auch in meinen Etsy-Shop packen. Und dann könnt ihr euch das einfach schnappen. Und benutzen. Zum Thema Laufrichtung. Ihr müsst das echt ausprobieren. Also da gibt es jetzt keine gute Anleitung von mir. Wie rum müsst ihr es drehen. Probiert es aus. Dreht das so lange, bis ihr diese Formation erreicht. Wenn ihr die Laufrichtung 2 haben wollt. Weil dann läuft das. Also wenn ihr dieses Bild hier erreicht. Also so. Und dann anfangen die Bilder aufzukleben. Und das Ding nicht mehr auf den Kopf dreht. Dann habt ihr Laufrichtung 2 richtig. Das hier wäre Laufrichtung 1. Das sieht dann natürlich anders aus. Die Anzahl der Teile und was man da so braucht, ist dabei gleich. Nur, wenn ihr Bilder habt, stehen sie auf dem Kopf. Wenn ihr es falsch macht. So, jetzt würde ich mir natürlich mal angucken. Welche Sache habe ich wo hingepackt. Und zwar habe ich mir hier für die verschiedenen Sachen verschiedene. Also für A, B, C, D und so weiter. Habe ich mir verschiedene Teile gemacht. Also jetzt für den ersten Teil brauche ich hier so quadratische und lange Teile. Für den zweiten Teil brauche ich lange schmale und lange große. Die sind jeweils einen halben Zentimeter kleiner als die anderen. So, das müsste dann der zweite Part sein. Dann habe ich den dritten Part an der Stelle. Und das sind die C-Teile hier. Schwupp. Dann habe ich die D-Teile. So. Und da kommen dann noch diese Herzchen hier dazu. So. So. Und ich habe immer geschaut, dass ich jedes Muster, was ich hier von meinem Semperia Papier habe, dass ich jedes Muster zweimal irgendwie hier habe. Also dass die Sachen sich wiederholen. So. Wenn ich mir das jetzt recht anschaue, dann komme ich damit sehr gut klar. Habe aber zum Schluss hier die Kombi aus dem linierten Papier und diesem Papier. Das heißt nämlich, dass dieses C, das wiederholt sich. Also da ist die Hälfte von sichtbar. Deswegen überlege ich jetzt gerade, ob ich nicht irgendwie hin und her tausche. Dann ist es aber so, dass ich das da habe. Ne. Ich bin damit zufrieden. So. Und das kommt ja auch darauf an, ob da noch was draufkommt oder nicht. Ich kann ja wunderbar auf diese C-Teile oder aber auch auf die D-Teile hier noch was draufschreiben, was draufmalen. Und dann passt das wieder wunderbar zusammen. Also farblich passt das eh. Und die beiden sind sich doch sehr ähnlich. Ich finde allerdings nicht, dass das stört. Wir werden uns das gleich mal live angucken. Und ich werde auch schauen, dass ich hier bei der A-Laufrichtung die Linien mal quer setze. Und bei der D-Laufrichtung habe ich die Linien senkrecht. Das könnte jetzt ein bisschen verwirrend gewesen sein. Achso, nicht. Lass mir das hier doch tatsächlich nochmal liegen. So. Was ihr seht. Ich bin jetzt gerade bei dem C. Und das ist dieser. Ähm. Zack. Jetzt brauche ich meinen Kleber. Den stelle ich mir mal auf die andere Seite, dass ich mich hier nicht verdöddel. Und jetzt auch hier wieder. Rückseite richtig gut einkleben. Über die Kanten und alles. Ich weiß. Ich weiß. Es tut einem in der Seele weh, dieses wunderschöne Samperia-Papier hier mit Kleber einzumanschen und zu verdecken. Uh. Ja. Okay. Kleber auf der Tastatur ist auch schön. Sollte man mal gemacht haben. Also, wer das noch nicht gemacht hat, ich kann das sehr empfehlen. Sich einfach mal so ein Blatt Papier oder so ein Stück Samperia-Papier auf die Tastatur zu kleben. Dann klappt das mit dem Anschlag auf. Ich habe nämlich hier meinen Computer-Arbeitsplatz und meinen Basteltisch in einem und schiebe meine Tastatur, die ihr manchmal hier irgendwie am Rande noch seht, unter so eine kleine Empore. Und auf dieser Empore steht mein Bildschirm und mein Laptop und noch so ein bisschen Kram, was ich hier und da einfach brauche, wo man einfach mal eben zupacken kann. Das heißt, ich kann meinen Basteltisch freimachen von Computer-Kram, wenn ich hier meine Tastatur quasi drunter schiebe. So. Jetzt kommt es darauf an, das auszurichten, dass es oben und unten fein ist. Wenn ich hier irgendwie so ein Häkchen noch hängt, abmachen. Hier würde ich euch tatsächlich sehr ans Herz legen, einfach euch Zeit zu lassen, ein bisschen zu schieben. Dafür ist auch dieser Kleber wieder großartig, dass man rechts, links, oben, unten ein bisschen ausrichten kann, ohne dass es gleich direkt festklebt. Und dann ist Ende im Gelände hier. Ähm, was ich euch noch empfehlen kann. Patscht nicht mit Klebepfoten auf das dann hier euer Papier. Das hat so eine super schöne, angenehme Mattigkeit. Mattigkeit? Mattheit? Naja, ihr wisst, was ich meine. Es ist matt. Es ist schön. Ähm, und griffig. Nur wenn da der Kleber draufkommt und dort trocknen darf, dann gibt das einen glänzenden Streifen. Der glänzt nicht doll, aber ein bisschen und bei diesem matten schönen Temperierpapier sieht man das. Das war sehr deutlich. Ist jetzt, sag ich mal, kein Weltuntergang. Also das ist jetzt kein Riesendrama. Aber, 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 macht das keinen Spaß. Ich finde, wenn man sich gerade so viel Mühe mit einer Karte macht und die, sag ich mal, möglichst perfekt machen will mit Distressen und Ausmessen und hier nochmal ein bisschen korrigieren, bis das sauber rund läuft, dann sollte man auch noch den letzten Schritt mitmachen und hier, sag ich mal, sehr exakt kleben und nicht Klebefötchen auf dem Stampebelpapier verteilen. Auf dem Crafting Paper sieht man das auch, nur davon ist sehr wenig sichtbar. So, hier habe ich jetzt so eine kleine Stelle. Wenn ich die rechtzeitig erwische und mit dem Fingernagel so ein bisschen wegrubbel, dann ist sie weg. Also wirklich unsichtbar. Taucht nicht mehr auf. Tue ich das nicht, habe ich einen glänzenden Streifen. Ist aber übrigens bei so ziemlich jedem Kleber so. Deswegen ist das jetzt kein Phänomen von diesem Kleber, sondern ein Kleberphänomen. So. Zack. Wie ihr seht, er klopft. Jetzt nehmen wir uns die kleinen... Das Röschenpapier ist auch echt herrlich, also... Ich bin ja nicht so der kitschige Mensch, ne? Eher so verspielt, aber nicht kitschig. Dieses Papier, das ist zubig, das hat es mir angetan. Und ich finde das so wirklich sch... Dass ich fast überlege, dass ich mir etwas mit ihnen davon mache. Oder irgendwie die Kissenbezüge oder so. Wobei ich kann mir vorstellen, dass es mir in meiner Wohnung ein bisschen zu kitschig ist. Mal gucken. So, auch hier wieder Ausrichtung, oben, unten. Ich finde einfach, dass diese abgerundeten Ecken und das dunkler Distress da als das Craft Paper ist, von der Farbe her, dass das zusammen eine wunderschöne harmonische Sache ergibt. Ne? Also dieser gerundeten Aufkleber auf dem immer eckigen Teil. So. Oben bekommen wir noch ein bisschen Kleber raus. Fingernageltool. Das ist wunderbar einzusetzen. Das hat man immer dabei. Seitdem, man hat es tatsächlich sehr kurz gemacht. Und ganz ehrlich, Mut zur Lücke. Wenn das jetzt hier so ein bisschen aufsteht, es ist handgemacht. Besser, wenn es ein bisschen aufsteht, als wenn es überlappt. Weil dann habt ihr euren Mechanismus nämlich blockiert. Ich wollte jetzt was anderes sagen, aber ihr versteht mich schon. Also den Mechanismus, der muss auf jeden Fall laufen. Und lieber mit ein bisschen Lücke, als mit Überlappen. Weil dann funktioniert es einfach nicht mehr richtig. Also es macht dann einfach keinen Spaß, weil du nur am Fummeln bist, dass die Karte läuft. Also Schweißperlen auf der Stirn, wenn du deine Geburtstagsgrüße da lesen möchtest. Das ist nicht cool. Ich merke tatsächlich in den letzten Tagen, dass ich beim Basteln ein bisschen Rückenschmerzen bekomme. Rückennacken. Ich glaube, ich werde nachher meinen Stuhl hier mal austauschen gegen meinen Gymnastikball. Mal gucken, ob ich damit ein bisschen flexibler sitze und nicht so festgefahren bin. Weil ich nämlich heute noch einiges an Bastelsam vorhabe. Ich habe vorhin schon gesagt, dass hier ist dann die Geburtstagskarte für meine Oma. Da werde ich dann noch ein paar Grüße draufschreiben, wie sie sich hin und her klappen kann. Das Schöne ist, wenn man die Grüße draufschreibt, dann hat man auch gleich die Laufrichtung vorgegeben. Also dann ist es auch so, dass man das in Schrift, also nicht auf dem Kopf, sondern in der richtigen Richtung sich anguckt. Dann kann man sich hier gar nicht verlaufen und dann irgendwie die Bilder über Kopf haben. Weil dann auf dem ersten Teil haben wir ja dann gleich die Blümchen, werdet ihr sehen. Im ersten Teil, wie ich das dann verpacken werde, tauchen die Blümchen und die Streifen auf. Und da gibt es keinen oben und keinen unten. So mal offensichtlich auf den ersten Blick. Und wenn man das nicht vorgibt, das oben und unten, dann kann sich derjenige, der es bekommt, natürlich aussuchen, worum man es dreht. Was ja, wenn man keine Bilder drauf hat, die, sag ich mal, oben und unten brauchen, gar nicht schlimm ist. Dadurch, dass ich jetzt hier auch Teile drin habe, wie das kleine Rotkehlchen hier, das möchte ja schon irgendwie nicht auf dem Kopf stehen. Das hier auch verstehen kann man. Hier bin ich nämlich bei Fall A. Machen wir den zuerst. Das ist der hier. Hier kommen dann so die Teile. Und da ich den D-Teil hier unten, ich hoffe ihr seht das hier alles auf dem Monitor, und da ich den D-Teil mit senkrechten Streifen habe, werde ich die hier waagerecht anbauen. Die Karte wirkt dadurch nochmal ein Stückchen länger. Das ist nicht von nahe zu weisen. Insgesamt kann ich sagen, dass diese Karte erstmal bei beschenkten Personen sehr gut ankommt, weil es einfach so eine wertige Karte mit Suchteffekt ist. Also man hat immer irgendwie das Bedürfnis, diese Karte zu drehen, zu machen, hin und her, vor und zurück. Und das kann man einfach auch eine halbe Stunde machen, ohne dass das irgendwie langweilig wird. Weil der Geist, der möchte beschäftigt werden und Haptik und Fummel, sag ich mal, ist echt wichtig. Und fördert einfach irgendwie wirklich den Spaß und ich weiß nicht, wahrscheinlich auch die Koordination. Und deswegen, also auch deswegen, ist das natürlich eine wunderbare Sache für alte Läutchen, wie meine Oma ein altes Läutchen ist, weil man einfach da hin und her drehen und machen kann. Und das ist einfach wirklich Fingerbeweglichkeit. Man dreht die Karte und dreht die und dreht die und dreht die. Also ich kenne ja selber, wenn ihr irgendwas lange nicht gemacht habt, dann rostet man irgendwie ein. Dann wird es irgendwann schwer. Aber wenn man das dann, sag ich mal, so eine Karte in der Hand hat, ist es genauso wie eine Münze durch die Finger drehen. Ich versuche das das erste Mal. Das sieht total furchtbar aus. Die Münze wird auf jeden Fall runterfallen oder vermutlich. Bei mir ist es auf jeden Fall so. Und man flucht sich ein zurecht und kommt sich vor wie der letzte Honk. Wenn das jemand macht, der das kann und diese Münze durch die Finger laufen lässt, das sieht total cool aus. Also das ist wirklich schon so ein Ding zum Angeben. Und diese Karte natürlich, die kann jeder drehen und jeder bearbeiten und jeder hin und her bewegen. Nur das macht einfach so einen Spaß, dass es immer schneller geht. Zu Anfang macht man das ganz vorsichtig und guckt nochmal, wie man was dreht. Und wenn man das dann zwei, dreimal gemacht hat, dann läuft es einfach von selber. So, auch jetzt, wenn man hier ein bisschen mit den Fingern am Rand kleben bleibt, zupft den Rand nochmal ab. Da hat man zwar so kleine Kleberknödelchen hier liegen, aber mein Gott. Es gibt ja sogar Tischbesen. Also ich habe auch tatsächlich einen Tischbesen, mit dem ich so fast dann beheben kann. Und der kommt relativ selten zum Einsatz, weil ich mir meinen Tisch hier nicht so vorlegen möchte. Ich habe ja hier was vor. Also ich will ja hier was craften. So, rechts links Ausrichtung. Ganz bisschen noch schieben. Wenn man so viele Motivpapiere hat und mit diesen Motivpapieren hier und da nicht ganz so exakt klebt und das wird dann einfach ein bisschen schief, im Endeffekt sieht man es nicht mehr. Also zum Schluss könnt ihr das einfach echt vergessen. Also wenn ihr jetzt sagt, oh Gott, ich habe mich hier einen Millimeter verklebt. Warte mal ab, bis das komplett ist. Wenn das komplett zusammengeklebt ist. Im Zweifelsfall ist auch immer noch ein guter Tipp, einen Schatten drunter zu malen. Also hier irgendwie mit dem Aquarellstift ein bisschen feucht machen. Und auf einer Seite einfach einen schwarzen Streifen setzen. Habe ich auch schon gemacht. Da habe ich mir echt nicht richtig schön verklebt. Oh, ich sehe gerade. Irgendwie kann ich das gar nicht quersitzen. Obwohl, das ist doch irgendwie seltsam. Wie ihr seht, habe ich jetzt tatsächlich irgendwie diese Dinger zu groß gemacht. Muss ich wohl nochmal nachschneiden. Kommt das dann? Naja. Fünf mal fünf. Ich lege mir das hier mal eben an. An meine... Also fünf mal fünf ist es tatsächlich. Aha. Da habe ich in völlig geistiger Umnachtung mindestens zwei der Dinger. Ne, alle. In der Fünferbreite, aber in einer 4,5er Höhe gemacht. Also 4,5 wäre ja richtig. 4,5 ist fein. Das ist gut. Aber ich habe sie irgendwie ungleich gemacht. Warum auch immer. Schneide Maschine her. Also das ist jetzt hier live. So. Ihr seht jetzt gerade die Not der Crafter, wenn sie sich in die Vertan haben. Ähm. Und klar. Ich habe hier die exakten Flächen aufgeschrieben. Also nochmal. Schneidet wird weg. Ich habe hier das 5 mal 5 aufgeschrieben und 5 mal 10. Wenn ihr diese Pärtchen macht für die Flächen, dann müsst ihr schon zusehen, dass ihr bei diesem 5 mal 5 4,5 mal 4,5 schneidet. Den Teil habe ich hier gepflegt, verratzt. So. Dann hier Eckenknipser hier. Nochmal fix distressed. Zack. Ecke, Ecke. Einmal zur Seite zum Distressen. So. Hier. Und war das jetzt hier korrekt? Den habe ich irgendwie richtig geschnitten. Na gut. So. Den habe ich nicht richtig geschnitten. Also das meiste kann man korrigieren. Und selbst wenn man sich jetzt hier irgendwie echt doof verdaddelt und das so klein schneidet, dann nimmt man an allen anderen Teilen, mindestens auf der einen Seite, also wo man jetzt gerade arbeitet, nimmt man an allen anderen Teilen einfach was ab. So. Ich mache es jetzt mal leicht und klebe hier mal, hole hier meine Kleber ein bisschen runter, dass ich hier direkt weitermachen kann. Ich habe hier noch so ein Notenblättchen. Achso. Hier kann ich nicht richtig schneiden, ne? Doch, kann ich. Das kann ich, indem ich das hier einfach drauf setze. So. Das muss schon gerade sein. Also wenn man sich hier gerne, also wenn man sich hier selber hilft. Jetzt geht hier ein bisschen Pödelpapier kaputt. So. Wenn man sich selber hilft, dann müsste das auch schon funktionieren. So. 4,5. Da ist die Linie. Zack. Schnell mal eben abgezogen. Das Schöne ist, man sieht es gleich nicht mehr, wenn es aufgegriffen ist. Also ihr seht jetzt hier live und in Farbe, was einem passieren kann, wenn man irgendwie in geistiger Umnachtung oder was auch immer schneidet. So. Gucken wir mal. Irgendwie habe ich das jetzt zu kurz gemacht. Warum auch immer. Seid ihr denn richtig? Nein, sollte ich auch nicht. Ich habe tatsächlich 5,5 geschnitten bei manchmal. So. Du bist jetzt gleich. Geiles Ding, oder? Das sind die kleinen Miseren. Ja. An der Stelle ist echt immer Gelassenheit. Panik nützt nichts. Ich drehe jetzt das Video. Oh Gott, ihr seht jetzt, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ja. Ist denn halt so. Fehler sind dazu da, um daraus zu lernen. Nächstes Mal habe ich alle meine Sinne beieinander. Und schneide ich hier gleich 4,5 x 4,5. Ja, die sind so an µ unterschiedlich um Millimeter vielleicht. Das kratzt mich jetzt, als ich gesagt habe, nicht. So ein halber Zentimeter. Habt ihr ja gerade gesehen. Kommt nicht so gut. Funktioniert nicht so gut. Ähm, sieht dann noch echt mistig aus. Aber, so ein Millimeter, das rücken wir hier gleich auf dem Blatt vernünftig gerade. So. Also erstmal hier unser verlorenes Distress nochmal ergänzen. Dann. Zack. Ja, das hier ist jetzt natürlich ein bisschen gelaberig, weil ich mir dann eine Schicht abgelöst habe. Und. So. Ich denke, ich werde das auch im Videotitel irgendwie vermerken. Was einem alles so beim Croften passieren kann. Mut zu Fehlern. So. Und jetzt wollte ich den ganzen Spaß hier quer machen, ne? So. Jetzt passt das auch wunderbar. Und jetzt machen wir einfach weiter am Text. Ob jetzt hier hinten was abgefetzt ist oder peng. Weiß egal, Leute. Müssen wir nur gucken, dass wir uns jetzt hier nicht noch mehr aufweichen, sondern dass wir einfach das, so mal etwas angeweicht, die hier integrieren. Weil dieser Kleber, der hat ein bisschen Wasseranteil. Ähm, nicht zu viel. Also da muss ich ehrlich sagen, das hat wenig Wasseranteil. Das ist sehr angenehm. Ähm. Aber trotzdem ist Wasser natürlich drin und deswegen weicht das Papier auch ein bisschen an. Um dann vernünftig zu kleben. Und jetzt habe ich mir hier hinten, wie ihr seht, ein Stückchen ausgerissen. Gleich werdet ihr sehen, dass das durch Zauberhand nicht mehr sichtbar ist. So. Jetzt noch einmal kurz einen Blickcheck. Ich möchte es quer haben. So. Zack. Wenn ich da hinten jetzt was falsch gemacht habe oder nicht. Wenn ich mindestens mal derjenige die Karte kriege ich nicht. Ich weiß es natürlich, aber trotzdem ist es nicht sichtbar. Das ist das, was bei meinem Craft passiert. Und bevor ich jetzt hier so ein Stückchen Papier in Anführungszeichen verschwende, ich muss jetzt echt sagen, verschwenden ist wirklich relativ, weil auf den 30x30 Bögen ist viel drauf. Ich könnte mir jetzt natürlich noch was abschnipseln. Aber manchmal ist es ja so, dass ihr genau dieses eine Stück Papier habt und euch dann irgendwie vertan habt. Und dann da steht und denkt so, boah, wenn ich das jetzt nicht benutze, dann droht der Untergang des Abendlandes. Ja. Dann müsst ihr das retten. Also so, wie ich das jetzt hier gerettet habe. Müsst ihr davon auch retten. Schaut mal. Hier oben steht ein bisschen was ab. Auch das werde ich nachher noch einmal korrigieren. Oder werde ich auch jetzt gleich einmal korrigieren. Und zwar auf der gegenüberliegenden Seite. Ihr seht, dass hier was übersteht. Und da reicht das, wenn man wirklich mal die Schere ansetzt. Dann noch einmal ein ganz bisschen nach des Chests. So. Alles wieder fein. So. Wir kamen gerade von dieser Ansicht und sind jetzt auf diese Ansicht gewechselt. Ha. Ich sehe gerade, dass ich es gerade schon wieder über Kopf gedreht habe. bei der Aktion. Na. Ihr habt einfach gesehen, dass ich hier geklebt habe. Aber eigentlich ist das die Seite. Bei dem Papier ist das echt nicht schlimm. Aber wenn es gleich an die Bilderpapiere geht, ist es blöd. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. So. Was euch natürlich frei steht. Nehmt Papiere ohne Bilder. Nehmt Papiere, die einfach irgendwelche Muster haben, wo es egal ist, wie rum sie sind. Und wenn ihr keinen Text auf die Karte macht, ist das einfach auch ein schönes, sagen wir mal in Anführungszeichen, Fummelgeschenk. Also das ist auch zum Beispiel für, in Anführungszeichen, kleine Kinder. Also die müssen jetzt nicht unbedingt zwei, drei sein. Aber ich denke mal für Kinder so ab fünf, sechs ist das auch ein cooles Geschenk. Weil die natürlich auch super gerne rumdaddeln. Ne. Große Kinder, kleine Kinder. Also auch Erwachsene oder Kinder. Super. Ich glaube für kleinere Kinder als fünf, sechs ist das ein bisschen blöd. Weil so stabil, dass man daran rumreißen kann, ist es halt nicht. So. Und Kids, die kleiner sind, die wir natürlich ausprobieren. Ist ja auch verständlich. So. Jetzt haben wir nämlich diese Karte. Also ihr seht, wahrscheinlich habt ihr jetzt gleich ein mega langes Video zu dieser Karte. Das eigentliche Kartenbasteln ist natürlich gar nicht so schwierig. Oder was heißt schwierig? Also gar nicht so langwierig. Das ist einfach nur dieser Moment, wenn ihr das, sagen wir mal, beklebt. Und euch dann mal ein Gequatsch anhört. Dann ist das natürlich auch ein bisschen Zeit, die ins Land geht. So. Das ist, wenn ich das jetzt hier in Stillarbeit machen würde, wäre ich wahrscheinlich ein bisschen schneller. Aber ihr hättet den Begleittext nicht dazu. Vielleicht mache ich dann einfach nochmal so eine Karte und erzähle sie euch nicht, sondern noch Musik drauf. So. Das ist dann bloß nochmal D. Jetzt haben wir hier die Einstellung B. Also diese hier. Mal gucken, wie wir das rangieren. Also die blauen Teile sind ja sehr ähnlich. Von daher ist das jetzt, glaube ich, irrelevant wie rum. Oder welches wohin. Wobei tatsächlich passt das da mit zusammen. Und das da. Eigentlich auch nicht so richtig, ne? Eigentlich passt das so, wenn man so tun würde, als würde diese Holzmasung hier durchgehen. Dann wäre das. Ja. Aber eigentlich auch nicht so ganz. Mal egal. Also ich habe es nämlich aus verschiedenen Teilen rausgeschnitten. Aber auch das. Sobald man hier irgendwie noch was draufschreibt. Aber ich werde nicht auf jeder Seite das schreiben, sage ich gleich. Sobald man hier was draufschreibt, ist es sowieso egal, wie welche Masung ist. So. Und jetzt möchte ich eigentlich nur noch gucken, wo möchte ich meine Gießkanne hinhaben. Wo möchte ich meine Blume hinhaben, weil das sind so meine Hauptelemente. Genauso das Thema mit der Zahl. Die Zahl kommt. Guck mal. Das hier ist schon fast so, als würde das hier noch zusammen gehen. Kann man machen. Hat jetzt aber hier, wenn ich die nebeneinander packe, so einen Versatz. Finde ich nicht so glücklich. Dementsprechend tausche ich das wieder so um, als wäre das hintereinander. Weil wenn man das jetzt so sieht, hat das optisch fast den Effekt, dass diese beiden Stücke irgendwie zusammen gehen. Andererseits habe ich jetzt hier die Feder, die sich da wiederholt. Also deswegen, das Papier, das hat überall so ganz viele kleine wiederholende Pattern. Und das mit der Feder finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. Das gefällt mir so besser, als eben. Ja, tut es. Nach kurzer Überlegung, ja das tut es. Klebedeckel angeklebt. Nun auch jetzt einfach hier oben unten beachten. Oben unten beachten, ganz wichtig. Und später, falls ihr da was draufschreiben wollt, oben unten beachten. Wenn ihr euch für eine Laufrichtung entschieden habt und Bilder drauf habt, achtet auf. Es ist so ärgerlich, wenn ihr diese schöne Karte fertig habt und nur noch, in Anführungszeichen nur noch, die Schrift aufbringen wollt. Oder Stempel oder whatever. Und dann stellt ihr fest, scheiße auf den Kopf. Das macht Laune am Frühjahr. Nein, überhaupt nicht. So, also generell ist zu dieser Karte zu sagen. Ihr braucht länger in der Materialvorbereitung, als im eigentlichen Zusammenkleben. Oder im eigentlichen, ja sag ich mal, Dekorieren. Zusammenkleben ist auch noch nicht mal so langwierig. Man nehmt euch echt die Zeit gut zu messen und dann das Ganze auch auf den einzelnen Feldern auszurichten. Ausrichten und den Kleber abzustreichen, falls doch mal irgendwie zu viel in der Kante ist. Nehmt die Fingernägel oder eine Nadel. So. Das gefällt mir so. Nehmt wieder so eine leichte Klebespur. Die kann ich mit Fingernagel und, sagen wir mal, Fingerabdruck verreiben. Nehmt euch ein Motivpapier. Also wenn ihr Motivpapiere oder Bilderpapiere nehmen wollt, nehmt euch das Ganze mit kleinen Motiven. Wie diese kleinen Blümchen und diese kleinen Pattern. oder ein größeres, ruhiges Motiv wie, sagen wir mal, diese Holzmaserung, die ich jetzt hier in Türkis habe. Nehmt, wenn ihr große Bilder nehmt, dann wird das Bild oder das eigentliche Motiv da nicht so richtig reinkommen, ähm, zur Sichtbarkeit kommen. Einfach weil ihr immer nur diese Größe oder diesen Ausschnitt habt, der komplett sichtbar ist. Nehmt so kleine Abschnitte aus dem großen Bild in diesen Bereichen nur, sagen wir mal, das Feld ist zweieinhalb Zentimeter hoch. Aber das heißt auch, dass eure, so mal, Klebekarte zwei Zentimeter hoch ist. Jedenfalls in meiner Abmessung, ne. Also wenn ihr die Karte natürlich, ähm, in zwanzig mal zwanzig, beziehungsweise in zwanzig mal vierzig macht, dann ist das natürlich was anderes mit einem großen Motiv. Aber in diesen Abmessungen, die ich jetzt hier benutzt habe und euch zeige, ähm, wäre das echt uncool, ein großes, raumreifendes, raumfüllendes Motiv zu nehmen. Zum Beispiel, ich sag mal so, wenn ihr jetzt hier so einen Baum nehmen würdet, ne. Also ihr würdet hier ein schönes Bild auf den Baum nehmen und würdet hier einen Ausschnitt machen. Dann würdet ihr hier möglicherweise nur so einen mittleren Ausschnitt der Krone sehen. Also das ist, ähm, oh. So, und jetzt zeigt sich hier eins, zwei. Die beiden sind korrekt. Die beiden sind korrekt. Der hier ist irgendwie ein bisschen lang. Hauen wir das mal so vor. Und bei so nem Spaß hier, ne. Ich habe jetzt tatsächlich keine Lust, wieder sonst was von Aufrissen mit der Schneidemaschine zu machen. Und gehe hier einfach für diesen Millimeter einmal mit der Schube lang. Einmal mit dem Knipser lang. Wenn ich jetzt keine Lust habe, wegen einer so einer kleinen Kante jetzt Schneiderbeut rauszuholen. So. Ne, andersrum was. Zack. Viel besser. Wie war das? Man kann ja immer gewinnen. Ne. Manchmal passt das halt nicht so. Tja. Das Viren da draußen war mein Pony. Der Baileys. Der hätte jetzt gerne Frühstück. Ich weiß halt auch, dass, ähm, ich sag mal mal nach Reitbeteiligung heute kommen. Zu dritt. Die sich heute morgen um, sag mal, Stall und Pferde kümmern. Und dann einen schönen Auswert geplant haben. Natürlich hoffe ich, dass sie trotzdem bei Regenwetter kommen, weil es pieselt so leise vor sich hin. Ne. Es ist aber so ein kleiner süßer Landregen. Also selbst mit Regenjacke kann man wunderbar ans Gelände gehen. Ähm. Man ist jetzt nur so verwöhnt durch diesen trockenen Sommer, dass man sich total wundert, wenn man morgens aufwacht und es riecht. Deswegen, liebe Baileys, könnte es sein, dass sie ein bisschen später kommen, weil sie hoffen, dass der Regen ein bisschen nachlässt. So. Ihr könnt natürlich bei so einer Karte auch, ähm, die Felder bemalen. Also ihr könnt jetzt hingehen und könntet, was weiß ich, mit dem Stencil loslegen und die Felder unterschiedlich machen. Ihr könntet auch, ähm, dudeln. So. So. Er könnte hier elektronische können. Und. Ich würde mir einfach mal auf und einfach nur auf Was schreiben. Den laufenden Text, der sich dann Seite um Seite ändert. das wäre möglich also möglich ist eh alles das was ihr euch vorstellen könnt also da stimme ich Jutta von Funkelkram absolut zu Leute ihr müsst das einfach machen einfach Ideen laufen lassen und gucken wohin sie laufen und machen tut überhaupt nicht weh das einzige was bei dieser Karte wirklich weh tut ist schlecht zu messen schlecht zu schneiden und es dann nicht zu merken das ist bei dieser Karte wirklich sag ich mal das Todesurteil der Karte das ja das würde euch die ganze ganze Schau vermasseln hier nur wenn ihr das erstmal im Griff habt und sag mal die Grundkarte zusammengestellt habt dann ist eurer Kreativität was die Deko angeht überhaupt keine Grenze gesetzt also ihr auf welche Technik ihr am liebsten mögt die könnt ihr sogar mit Stoff beziehen könnt ihr die einzelnen Felder mit Stoff beziehen ich hab's jetzt noch nicht gemacht aber ich weiß dass es geht weil ich's mir vorstellen kann das ist auch immer der Punkt wenn ich Leute treffe und sagen wow du machst so tolle Sachen die sind so großartig und ich könnte das gar nicht doch ganz ehrlich kann jeder jeder der sich's vorstellen kann jeder der sich's vorstellen und fühlen kann jetzt hab ich mir gerade ein bisschen rumgesaut jetzt muss ich hier wieder Fingerthool einsetzen um diese Fläche hier wieder matt zu bekommen ne und da kommen dann so paar kleine Kleberstückchen so bisschen drauf rumgetatscht zack wieder matt ne auch solche Sachen passieren halt mal ja ich weiß also einige von euch sitzen jetzt da schlagen die Hände über den Kopf zusammen weil ihr Kartenbastler vor dem Herrn seid also ist wirklich so gemeint nicht ironisch ähm weil ihr es bestimmt viel besser und viel sauberer könnt als ich nur vielleicht ist die Technik für euch neu und ihr habt was dazu gelernt was diese Technik angeht ne ihr könnt das vielleicht viel besser als ich hier gerade kleben schmierfrei kleben schmeißt keine Sachen durch die Gegend das ist alles möglich und auch sehr wahrscheinlich aber vielleicht kennt ihr die Technik noch nicht weil sonst hättet ihr das Video bis hierhin noch nicht angeschaut oder ihr hört mich gerne reden wenn ich um Kopf und Kragen bin so wir sind bei B jetzt haben wir hier den D-Teil ich gucke wieder vorher ob ich mich nicht irgendwo vermissen habe weil man hat ja gehört dass er mal vorkommt das sind hier so prädestinale Seiten wo ich da tatsächlich irgendwas noch draufklebe oder draufschreibe oder draufstempel da muss ich mir dann gleich einfach noch überlegen was ich machen möchte und auch in welcher Anordnung ich das jetzt hier tue so dieser Vogel kommt zweimal vor das heißt das muss auf jeden Fall diagonal sein dann hat sich das hier schon also dieses Riefenmackenvögelchen hier hat sich das nämlich schon erledigt wie rum ich das packe es wäre nur noch die Frage ob ich die beiden tausche weil so auf den Blick kommt mir hier zu viel Rot vor und hier zu wenig das heißt ich würde die beiden jetzt hier tatsächlich tauschen naja lassen wir mal das Würde weg ich tausche die beiden so gefällt mir das jetzt? ja ich glaube schon oder? manchmal kommt es wirklich auf den Moment an wie man was machen möchte also jetzt in diesem Moment fühle ich in meinem inneren Herzen Spaß beiseite also nicht Spaß beiseite sondern ich mir gefällt es so besser so was wollte ich damit sagen? folgt eurer Intuition wenn ihr sagt oder wenn eure Intuition sagt macht das mal so dann macht das so weil sonst wenn ihr das nicht tut steht ihr da habt die fertige Karte und sagt hätte ich das doch mal anders gemacht ganz ehrlich das nervt mich jetzt und immer wenn ihr diese Karte seht und also ich bin mir fast sicher wenn ich die meiner Oma schenke die wird bei Oma in der Wohnung dann liegen oder irgendwo in einem Kartenstandard stehen und ich werde sie immer sehen und werde immer sagen oh hätte ich das jetzt mal wenn ihr es doch anders machen sollen da ich weiß dass ich mir damit selbst dann auf die Nerven gehe einfach mit ja damit das nicht umgedreht zu haben was meine Intuition mir gesagt hat mache ich es einfach einfach mal auf die Intuition hören ist beim Basteln relativ einfach weil da kann gar nicht so viel passieren so sag ich mal im real life also im täglichen Leben was eure weiß ich nicht Arbeit angeht oder Familie oder Einkauf oder was auch immer da ist es schon mal ganz gut die Logik mit walten zu lassen und vielleicht mal die Intuition kurz zu hinterfragen ob das jetzt wirklich sinnvoll ist weil die hat manchmal auch ganz lustige Ideen ähm das macht schon Sinn ne im Basteln halt nicht so also im Basteln dürft ihr einfach laufen lassen ne also lasst die Intuition rennen die Kreativität macht ihr das nicht kriegt ihr die Quittung indem ihr immer so eine Karte seht bei einem Freund oder Freundin oder Oma oder who knows wo hätte ich das mal anders gemacht das ist einfach da habe ich keinen Bock drauf hatte ich schon das ist doof entsprechend Intuition ey listen to you so insgesamt ich habe ja ich schreibe auch immer unter meine Videos ähm das was ich empfehle ist nicht das wofür ich irgendwie Geld kriege oder so ich kriege gar kein Geld für ähm ich habe auch keinen warm Händedruck also nix nix ich empfehle es weil ich es benutze ich habe es ganz normal in einem Bastelladen gekauft oder bestellt oder wie auch immer meistens bestellt wenn man mit einem Busch wohnen kommt weil die jetzt nicht so oft in Bastelläden und das steht auf einem anderen Blatt wenn ihr in einer Stadt wohnt und einen richtig coolen Bastelladen habt macht das mega Sinn den auch zu unterstützen weil gerade diese kleinen spezialisierten Läden die brauchen auch Kundschaft so was ich eigentlich damit sagen wollte meine Empfehlung ist nichts was ich irgendwie zu Geld mache meine Empfehlung meine Überzeugung von den Sachen die ich benutze wenn sie funktionieren oder Spaß machen oder beides im besten Falle beides das heißt empfehle ich euch jetzt hier mit Stamperia Papier zu basteln eigentlich da sind mir jetzt nicht unbedingt alle Motive das Journal was ich gerade mache für meine Oma da habe ich mir dieses Gartenpapier ausgesucht es ist naheliegend dass ich auch die Karte hier mit diesem Gartenpapier Stücke und es macht mir einfach Spaß weil ich diese Haptik von Papier liebe und mein Name ist ja nicht umsonst Loves Paper ich liebe Papier und ich liebe die Haptik von Papier ich könnte den ganzen Tag an einem schönen Papier rumfummeln mein Mann hat gerade ein Buch in der Mache also er liest gerade nicht in der Mache im Sinne von Schreiben er liest gerade ein Buch was vom Titel her oder vom Inhalt her für mich gar nicht spannend ist weil dieser Umschlag oder dieses Cover von dem Buch das hat so eine schöne interessante Haptik immer wenn dieses Buch liegt auf dem Nachttisch und immer wenn ich da hingehe und keine Ahnung irgendwas räume oder was ich muss dieses Buch anfangen ich finde das so angenehm und so schön wie das Papier wie es in der Hand ist dass ich gar nicht anders kann als in diesem Umschlag rumzufummeln oder diesem Cover und das ist auch der Part wenn ich mein Buch schreiben sollte wer weiß ich habe noch Zeit in meinem Leben irgendwas damit anzustellen wenn ich mein Buch schreiben sollte dann werde ich auf jeden Fall darauf bestehen dass es irgendein richtig schönes und haptisch ansprechendes Cover bekommt das wird mir eine innere Genugtuung sein wenn ich das habe und interessanterweise kaufe ich auch wirklich gerne Bücher die eine schöne Haptik außen haben natürlich wenn da irgendein Schwachsinn drin steht dann würde ich das Buch jetzt auch nicht um den kaufen aber wenn ich die Wahl zwischen zwei Büchern habe die ich beide interessant finde vom Inhalt dann kaufe ich das was das schönere und haptisch ansprechendere Cover hat und so hat jeder seine Vorlieben manch einer mag etwas gerne was toll riecht und auch Bücher die haben eigenen Geruch und auch Papier manch einer sagt ich brauche unbedingt was was toll riecht und dann bin ich glücklich ich mag den Geruch von Papier auch meistens es gibt auch Papier was ja chemisch riecht das mache ich nicht so für mich ist die Haptik und natürlich die Optik relevant so ihr Lieben wir haben Laufrichtung 2 gecraftet sie fängt damit an ne stimmt das ist die B löse sie fängt damit an das ist meine A lösung ich glaube auch dass ich das Ding hier als erste Seite nehme also das ist so in einen Umschlag packe und hier haben wir die C hier haben wir die G Laufrichtung und so kann man dieses diese Karte jetzt die ganze Zeit hin und her nachfummeln das kann man Stunden und Tage machen vorwärts und rückwärts Stunden und Tage das ist meine Endloskarte in einem den Lang also nicht den aber in einem Langformat 20 ich brauche noch einen Kaffee geht gar nicht 20 cm lang 10 cm hoch und hier und da mit ein paar kleinen Fastpannen gecraftet ihr habt aber gesehen wie ich erfolgreich diese Ecke hier wie ich erfolgreich mein Problem hier rausgecraftet habe und man sieht es nicht man fühlt es nicht es ist weg also hat es nie existiert ja bevor meine Stimme hier komplett versagt entlasse ich euch jetzt aus diesem Video ich habe euch jetzt richtig lange vorgequatscht ich weiß gar nicht wie lange das geworden ist eigentlich viel länger als diese Karte normalerweise braucht so habt ihr eine vernünftige Erklärung wenn ihr den Anfang habt und den Anfang zusammengeklebt habt dann könnt ihr auch das Video theoretisch abbrechen ihr habt die Maße und ihr habt die Art wie es zusammengeklebt wird und damit seid ihr eigentlich fein diese ganze Deko Klamotte diese ganze Dekoration ist euer wir macht was ihr wollt macht was schönes draus habt riesig viel Spaß kommentiert mir gerne das Video bin gespannt ob euch auch sowas passiert wie mir hier mit oh Gott ich habe es zu lang gemacht ich muss hinterher nachschneiden ich habe auch schon Klebstoff drauf ob euch solche Pannen passieren wie geht ihr damit um ihr könnt ihr darüber lachen und einfach weitermachen das Ding retten und es wird trotzdem was schönes oder seid ihr dann echt angepisst und schmeißt das weg und macht das nochmal kann ja auch mal passieren ist mir übrigens auch schon passiert ja viel Spaß beim Basteln ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis demnächst in diesem Kino gu DJ der go oder bo o GO oder o hon go o Das war's für heute.